Orthopädie-Technik, Ihr Spezialist für Schuhe und orthopädische Schuhanpassungen in der Karl-Schurz-Straße in Bremen. Unser Familienbetrieb besteht in zweiter Generation seit 1945 und gibt Erfahrung und Wissen stetig weiter. Wir bieten Ihnen neben dem Verkauf auch Schuh- und Lederreparaturen aller Art. Bei uns werden Sie von fachkundigem Personal beraten und bedient. Nehmen Sie unsere medizinische Fußpflege in Anspruch und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im orthopädischen Bereich. Wir unterstützen Sie und Ihre Kinder bei der richtigen Schuhwahl. Unsere Firma arbeitet nach der DIN EN ISO für die Zusammenarbeit mit der Krankenkasse. Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung schicken Ärzte auch kleine Patienten zu uns, die mit orthopädischen Schuhen versorgt werden. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Abonniert mich! Untertitelung des ZDF, 2020